Jetzt kommen wir uns gleich an, was wir kennen. Wow. So. Weil es so schön war, gleich noch einmal. Ja, ich habe dir doch gesagt, es ist bestimmt noch bis zum Zwölfter. Ja. Das war's für mich. Och nö. Sä. Ah Oh nein, ich flieg schon wieder. Was ist das? Also bin ich, aber jetzt sind wir beim ZB-Kab. Ich brauche die Leute. Oh nein. Oh nein. So, wird das jetzt was? Wo ist denn hier noch einer? Hm, da oben. Oh, oder gleich neben mir. Wow. Bin ich denn hier unten? So, die da unten müssten jetzt eigentlich klarkommen. Okay. 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 Da ist noch einer. So jetzt haben wir Badge geholfen, hoffentlich hilft der uns nachher. Jetzt können wir uns mal einen Blick machen. Alter verpiss dich! Das ist ein dabei, die ich auf dem Ratschreit. Aber es ist eine gute Idee für unsere Kanalzerrasch! Ich bin ein E-Plan. Ein Beispiel. Ich bin ein E-Plan oderückt! Ich bin ein E-Plan. Puh, das war eng. Ah, jetzt muss ich die ganz runter und die retten. Leck mich doch im Marsch. Powerboost. Was? Stunden später. Soll ich hier nicht durchkommen? Oh Mann. Egal, jetzt muss ich einmal komplett außenrum fliegen oder was? Willst du mich doch verarschen? Puh. Eine Rund für dich ist lustig, eine Rund für dich. Schön, Halleri, Halleri, Hallero. Noch einmal kurz hier einfach auf. So, jetzt ab runter zu Carrot. Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Komm ja schon. Boah, was ist denn das? Ich muss gleichzeitig da oben gucken, gleichzeitig da unten. Zu wem soll ich denn jetzt zuerst? Wer hält denn jetzt noch durch, wenn wir nicht? Hä? Okay. Das war's für heute. Boah Gott ist das eine nervige Mission Jaja jetzt hat sie 1K meiner Ulti unterbrochen So aber jetzt runter zu Carrot und zwar schnell Sonst stirbt ihr mir wieder weg gleich Dann krieg ich wieder einen Kotzkrampf Mann Lass mich mal durch Ich könnte mir da gar nicht hin Wo siehst du es Hä Wie dumm Ich komme von der einen Seite nicht hin Ich komme von der anderen Seite nicht hin Ja muss ich doch versuchen Wieder von einmal außenrum zu fahren oder was Oder bin ich davon auch nicht durchgekommen Ja So Ruffian so ihr haut jetzt mal ab Und ich versuche mal in irgendeiner Form Zu Carrot zu gelangen Och ja jetzt ist Big Mama auch wieder aktiv Ja die werden es jetzt ein bisschen Ja guck mal ich komme hier ja auch nicht durch Wie soll ich denn Wie soll ich denn Carrot helfen Wenn ich hier nicht nirgendwo durchkomme Was ist denn das für eine Verarsche Ja gut dann kann ich Carrot halt nicht helfen Meine Güte Wenn ihr nicht lang genug durchhält Dann ist es halt selbst schuld Geht mir das auf den Keks Bin ich umsonst einmal um die halbe Map gestrived Ja aber will ich doch Da stand doch ich soll Carrot retten Aber wie soll ich sie retten Ich bin ich jetzt auch nicht Ich bin ich will Ich bin ich Checkt fest Also Sheik Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab' diese Leute immer zu auf den Kuchen gegangen. Aber du hast einen Gehirn zur Welt. Ich kann diese Leute nicht mit ihr ein paar Hände gehen. Und dann wird das mal in die Hände gehen. Es ist einfach nur für sie. Es ist ja gut. Ichすご' nichts zu tun. Denn hast du dran gemacht, dass es so viel Maske ist? Ich hab' diese Leute verletzt. Und sie haben die Menschen. Man oh, das ist doch so. Ich will nicht gegen den. Wo ist ein Brûlée jetzt schon wieder? Hä? Wie habe ich... Wie habe ich ein Dice-Carrot gerettet? Verstehe ich nicht. Hä? Na ja, dann mal schnell hin. Dann hätten wir noch ihren Arsch und dann hätten wir es ja hoffentlich geschafft. Uh, Carrot ist wirklich schon fast tot. Ach ne... Ach ne... Das war's für mich, wenn ich mich auf der Glocke zurückkomme. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Oh, ne. Das war's für mich. Alter, ich kann ja nie hauen, weil er immer irgendwie weggeschleudert wird. Ja, da ist recht, Markus. Stirb doch endlich. Jetzt ist Ruffy in Gefahr. Der hat noch fast volle Leben. Ach, Jinbei. Mann. Oh, bitte. Jetzt kein Kampf gegen Big Mama noch. Ja, da ist Ruffy in Gefahr. Oh nö! Das ist das, was ich! Ich bin der GOM! Ich bin der Elphant! Ich bin der GOM! Warum? Ich bin der GOM! Ich bin der GOM! Ich bin der GOM! Ich sage nicht, ich muss auch noch gegen Catacorius kämpfen.